Hi, ich bin's nochmal. Ja, ich wollte noch mal kurz ein Video machen von den Katzen. Ich wollte euch die Katzen noch mal kurz zeigen. Die Mama ist gerade nicht da von den Katzen. Deshalb kommen wir da mal kurz rein. Dass die nicht so sich erschreckt, die Mama. Da sind die Kätzchen. Hallo. Hallo Kätzchen. Hallo. Hallo Kätzchen. Ja, das war noch mal ein kleiner Blick in die Katzenkiste. Die Chris wusste das gar nicht. Die hat die Katze verscheucht. Aber ich habe ihr gesagt, die soll die mal in Ruhe lassen. Damit sie wieder zu den Kindern kann. Okay. Dann machen wir mal Schluss hier. Jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.